Let's go! Möge dir die N-Wall wieder seine 30 Secrets ziehen. Na, was haben wir denn da? Ich wette, wie es alle ganzen Leute am haten in den Comments Oh, was hast du für ein opening? Ja, das ist ein Sneakwick, wir müssen gleich noch unsere Decks zusammenbauen. Oh, ist das eine Ultra? Ja, kann das sein. Das geht man so schwer bei diesem Licht hier, weil es so dunkel ist. Oh, sehr cool. Sehr nice. Star Wars Exceed Dragon. Ich habe auch keine Ahnung, ich kann dir nicht sagen, was gut ist und was nicht gut ist. Ich habe das erste Licht hier heute. Für diese Setsch. Und das letzte Pack. Okay, eine Ultra, vier Supers. Dann komme ich dazu. Schauen wir mal, was passt hier. Schauen wir mal, was wir haben. Logen. Logen! Logen! Ganz schön viel Extra-Leckzeug. Ich habe mir Schiss, dass das wieder nicht klappt. Oh! Weltzahnräder? WTF? Das ist Tune! Ich bin raus. Tune! Heurologischen. Demirugin. WTF ist das? Ich fühle mich irgendwie biblisch gerade. In diesem Namen. Oh, du Kacke. Oh Gott, oh Gott. Du einmalst acht. Scheiße, jetzt wird kein Deck, wenn wir zusammenkommen. Ich sehe ja schon kurz mal, wie viele Monster dabei sind. Das ist doch nicht spielbar. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist so vieles Battle Traps. Du Kacke. Oh Gott. Ich glaube, ich habe schon viel Bade gemacht. Ich bin nicht. Mordschlag. Wow. Phenomen. Oh, eine Secret. Auch wenn es vielleicht nicht die coole ist für viele. Secret nehme ich in der Sneak immer gerne mit dabei. Wenn der Fokus auch mal will, wenn wir dabei fokussieren. Nice. Nice. Das ist schön.